Bhagavad Gita, Vers 3.21 Was immer ein bedeutender Mensch tut, gewöhnliche Menschen folgen seinem Beispiel. Und welche Maßstäbe auch immer er durch sein beispielhaftes Verhalten setzt, alle Welt folgt ihm nach. Erklärung Die meisten Menschen benötigen einen Führer, der sie durch sein beispielhaftes Verhalten lehren kann. Ein Führer kann die Menschen nicht lehren, das Rauchen aufzugeben, wenn er selbst raucht. Sri Krishna Chaitanya sagte, dass ein Lehrer erst selbst lernen soll, sich richtig zu verhalten, bevor er beginnt, andere zu belehren. Wer auf diese Weise lehrt, wird Acharia, der ideale Lehrer, genannt. Um den gewöhnlichen Menschen zu erreichen, muss ein Lehrer deshalb den Prinzipien des Shastras Schriften folgen. Ein Lehrer kann sich keine Regeln fabrizieren, die den Prinzipien der offenbarten Schriften widersprechen. Die offenbarten Schriften wie die Manusamita und ähnliche gelten als die maßgebenden Gesetzbücher, denen die menschliche Gesellschaft folgen muss. Die Lehre des Führers sollte auf den grundlegenden Prinzipien beruhen, die von den großen Acharias praktiziert werden. Auch das Srimad Bhagavatam bestätigt, dass man dem Beispiel großer Gott geweihter folgen sollte, um Fortschritte auf dem Pfad der spirituellen Verwirklichung zu machen. All diese natürlichen Führer tragen eine große Verantwortung für ihre Abhängigen. Daher müssen sie mit den maßgebenden Büchern der moralischen und spirituellen Gesetze vertraut sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017